Für den Zusammenbau der V auf den Ständer benötigt ihr drei Teile, den Ständer, die Ständerplatte und die V. Als erstes müsst ihr die Ständerplatte auf die Ständer stecken. Das Ganze jetzt fest zusammenschieben, sodass es hält und fertig. Jetzt umdrehen, in die richtige Position bringen. Den V aufnehmen, hinstellen, von allen Seiten betrachten, hat Standfüße unten, Standfüße an der Seite zum hinlegen, wie ihr eben gesehen habt. Und um ihn reinzustellen jetzt, einfach in die Ständerplatte einführen, gucken ob alles passt, ausrichten und perfekt. Durch die Ständerplattenhalterung unten kann er auch kein bisschen wackeln. Viel Spaß! ...